Hallo zusammen, hier ist wieder Heutelah und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus der Garnition. Und zwar wollen wir insgesamt 20 große Kisten mit Bergungsgut öffnen, um noch ein paar Timog-Teile zu kriegen. Diesmal sind wir auf dem Schamanen und insgesamt habe ich jetzt noch 15 Sachen offen. Vier Items sind es beim Schamanen noch. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Ich bin einmal im Wiederverwertungsgebäude, so rum. Und da können wir die einmal öffnen. Und ja, wer es nicht weiß, die Kisten kriegt man, wenn man dieses Wiederverwertungsgebäude auf 3 hat. Und dann so ein paar Missionen in der Garnition durchballern. Dann können die quasi zusätzlich dabei sein. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, was wir Schickes kriegen. Ach, nice! Gleich im Ersten ist was drin. Was haben wir denn da? Wellensprecher-Klaue. Das ist quasi die Faustwaffe Int. Jetzt muss ich mal gucken, was habe ich denn eingestellt? Elementar. Ah, okay. Weil ich bin mir immer nicht sicher, ob es vom Ding abhängig ist, von dem Speck. Aber ich war im Elis-Speck, also das passt soweit. Also gleich das erste Item war es. Sehr schön. Beim zweiten haben wir hier einmal die Blumen gekriegt. Dann gucken wir rein. Wie geht es denn weiter? Okay, wir haben einen Waffen-Upgrade. Oder nee, einen Rüstungs-Upgrade für die Follower. Leider nur Garnitionsressourcen. Dann haben wir gleich das nächste Item. Ein Schild. Aber das hatte ich schon anscheinend. Dann haben wir nochmal Ressourcen. Ein Rüstungs-Upgrade. Ein bisschen Erz haben wir bekommen. Einen Kopf. Oh, schon drei Gear-Items, ne? Aber den Kopf hatte ich auch schon. Ich brauche die Schulterstücke noch, den Gürtel und die Schuhe. Die drei. Drenaische Staub. Mal gekriegt. Ressourcen. Okay, das war nix. Aha! Was haben wir denn da? Schultern sind auch noch drin. Ja, sehr schön. Jetzt läuft es aber. Dann haben wir noch einen Waffen-Upgrade. Einen Rüstungs-Upgrade. Aber mit zwei Teilen bin ich schon ziemlich froh. Also da kann man gar nichts sagen. Nochmal ein Rüstungs-Upgrade. Und zu guter Letzt gab es nochmal dreimal Garnitions-Ressourcen. Aber gut, jetzt haben wir die Kisten wieder ein Stück runter. Hier unten habe ich schon ein paar mehr noch gefarmt. Jetzt brauchen wir nur noch zwei Schamanen-Teile. Und insgesamt noch 13 Items. Also langsam wird es. Und ja, damit sind wir durch mit dem kleinen Opening. Hat mich gefällt, dass der bei war. Hat euch Tla. Bis zum nächsten Mal. Ciao!